Oh, was war da? Was ist da? Ah, schön. So. Okay. Oh, bis zurück. Das war richtig, das war schon da. Ah, schön. Ah, schön. Madame de Bourbeau, I presume. Here you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes. You went to examine this year's Seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned. Hm. Okay. Madame, could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built. Hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. He means scars, birthmarks, that sort of thing. Hm. Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Okay. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Interessant. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work! No, it's not so easy. Okay, that's the other way I can't ask. Okay, good. We'll see you next time. Thank you. Perhaps I can turn these tunnels into an extended cellar. No, it's a bad idea. So, I'm the way of the way. It's away from here. Okay, there's a weapon. We'll see you next time. Keep calm. Starts no brawls. A man who dare not down some red is a man whose wife's... Yeah, was auch immer. Hm. But that's not the way we can do this V here for locken. That's not the only question. Red's really stale. Been here a while. Okay. That's so cool. Hm. Blanket was laid out here. War hier ein Picknick oder was war hier los? Good vintage. Must have been a special occasion. Ähm. Okay. Okay, haben die zwei das oder wie? Okay. Einmal ist ein Typ und wer noch? Hm. Da drüben. Hier drüben. Hm-hm. Da vorne hin. Da. Hm. Du geh an Picknick. Piece of Carapace. Orange-gray-shell. Hm. Okay. Klauen. Klauen. Klauen Marks. Straight. Dull. Perfect for digging. Hm. St. Loma. Das sind jetzt andere Fussball. Moment. Hm-hm. Okay. Das muss ein Gluma sein. Ja, schön. Hab's gewusst. Okay, der ging hier lang. Hm. Okay. B soll uns das helfen. Okay. Da hat er hier seine Höhle. Hm. Klauen Marks. Straight. Dull. Perfect for digging. Hm-hm. Hm. Waren wir hier nicht schon. Auch hier war der Rassier mit der Bärenrüstung, oder? Ah ja, das war hier. Okay. Hm. Okay. Ging hier lang. Na schön. Hm. Interessant. Gut. Er ist nah. Okay, da vorne. Na los, komm her. Huch. Ach so. Komische Pilze. Ja, das sind egal. Ach das hier. Ah, okay. Jetzt wird das genutzt, diese Arena hier. Dafür war es da. Interessant. Ja, dann komm mal her. Hallo, ich bin da. So, hörst du das? Schalmars Lair. Gotta be. Mhm. Drags its victims here. Pretty fresh some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim. And some of the mushrooms that grow here. Interessant. Okay, der hat hier gesammelt. Highly decayed. Partly eaten. Been lying here a while. Hm. Könnte sonst. Fresh corpse. Must be Jean-Luc. Crushed ribs. Cracked skull. Shalmar did this. No two ways about it. Mhm. So, das nehme ich mit. Silver pendant. A lock of hair inside. Same color as Madame de Bourbeau's. Okay, wann es doch die? Hat ich vermutet. Der und die Madame. Haben da gepiknickt und so. Hm. Interessant. Hatten die da was am Laufen nebenbei? Ist ja toll. Okay. Der Köder. Moment. Quest. Glumarköder. Schön. Ich muss es in der Laufen. Ich muss es in der Laufen. Woher nahe an der Luftkirche. So dass der Sand durch die Kaffee spüren. Mhm. Okay. Äh, Moment. Einmal da hin und... Wo bist du? Ah gut, das ist wahrscheinlich ein Questgegenstand. Oder? Äh. Nicht. Na toll, wo bist denn du jetzt? So ein Mist. Wie sah das aus? Ach, verdammt. So sieht das aus. Da wird das schon ausgerüstet. Ah, okay. So. Einmal hier und einmal da. Ja, es stinkt. Stinken, stinken. So. Ein bisschen hier und ein bisschen da. Kommst du raus? Komm schon. So, ich will spielen. Na los. Muss ich alles tun? Komm jetzt raus, verdammt. So. Zeig dir. Dann hier noch. So. Kommst du jetzt? Gut. Okay, du bist rot. Gut. Interessant. Dann spezieller Gluma. Zeig, was du drauf hast. Interessant. Ui. Okay. Hm. So. Tja. Hm. Okay. Hm. Start ist nicht gleich in die Bank gekracht. Hat er es gehofft. Na los. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hm. Hm. Was ist das jetzt? Okay. Hm. Hm. Okay. Tja. Bitte gegen die Wand krachen. Das wäre schön. Na los. Gegen die Wand. Hier her. Wieso klappt das nicht? Hm. Okay. Du bist langweilig. Hm. Okay. Hör doch, setz gegen die Wand. Roll mal. Dankeschön. So, darauf habe ich gewartet. Gut. Hm. Ich habe mir verständlich, wie Art helfen soll. Das bringt irgendwie nichts. Oder setze ich es falsch ein? Los, komm hierher. Hm. Okay. Hm. Ja, das kann ich ahnen, wo ich bin. Haha. Was war das denn jetzt? Hast du Angst? Okay, jetzt kommt das. Ups. Interessant. Tja, ein bisschen abwarten. Hm. Das war toll. Bist du fertig? Hm. Okay. Hatte das mit der Wand. Hat wieder nicht geklappt. Hm. Toll, jetzt reicht's aber. Hm. Okay. Ah, nice. Stirb jetzt. Schön. Das war's. Okay, aber das mit dem Artverstecher jetzt nicht so ganz. Wann genau muss ich es einsetzen, damit es effektiv ist? Hm. Na ja. Ami, okay. Hat er ein Schwert gefressen. Interessant. Tja, das war dieser Auftrag. Schön erfüllt. Gut. Setten wir. Jetzt den langen Weg zurück. Hä? Ach so. Jetzt hat er sich da durchgegraben. Und jetzt ist es offen. Ach, Gerald. Jetzt geht da hoch. Verdammt. Komm schon. Dankeschön. Na, jetzt kann ich da hin. Interessant. Na, der hat ja schon vorgegraben. Nur die ist an der Stelle da nicht. Interessant. Doch, das kann ich tun. Okay. Hier ist kein Loot. Schade. So. Okay, da ist ein Ausgang. Hm. Interessant. So, komm schon. Du, 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 du. So. Okay. So, Roche. Gehen wir. Wir haben den letzten Auftrag erfüllt. Komm schon. Schneller. Müssen wir noch abgeben und dann... Come on, Roche. Letzte zwei Schatzsuche plus die Hexerrüstungen. Dann hätten wir alles. Dann kann die Hauptquests weitergehen. Slow now. Hm, okay, Roche, bin ich erinnern. Drücke das, aber es passiert nichts. Warte, mei, ist das jetzt wieder... Was ist denn jetzt für ein Bug? Ah, jetzt geht's, okay. Jetzt kann ich erinnern, dankeschön. Boah, in dieser Zeit so viele kleine Bugs. Und ein großer Bug, was einen Quest verpackt hat. Wart ist los. Tja. Ah, das hätten wir. Mhm. Okay. Ah, nicht für dich. Ja, wundert mich nicht. Ah, bis dann. Hm. Got rid of the beast that was giving you trouble. It was a Shalmar. Shalmar? Whatever could that be? Hm, kind of like a cross between a mole and a caterpillar. Just big as a barn. Oh. Huh? Gut, das hätten wir. Darf ich dabei sein? Ah, das will ich sehen. Gut, ist nur ein bisschen schade. Gut, hab ungehört die Frau verpetzt, aber... Ich will ihn... ...in Trauer stürzen. Das hat er verdient. So scheiße wie der ist. Oh, es wird schön. Okay, wir schauen. Ich weiß nicht, ey. Das ist, warum du so großartig bist. Du hast genau eine Stunde, um deine Dinge zu packen. Was? Ich verstehe nicht. Ich werde nicht für eine Fülle spielen. Du wirst genau wissen, warum. Jetzt, geh! Geh an ihn! Hm. Okay, das war alles. Ich wusste, dieses Ort war nicht gut für mich. Hm. Tja. Nicht jetzt, Master. Gib mir Frieden. Okay, bis dann. Wo bist du hingerannt? Mensch. Hm. Okay. Kann ich deinen Crossbow schreiten? Ich wusste, dieses Ort war nicht gut für mich. Hm. Na ja. Ja, mir habe ich nichts zu sagen, außer na ja. 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 Diese zwei Dinger. Dürr ist so weit weg. Okay. Ach, da drüben. Okay. Hm. Na dann. Wollen wir noch die Schätze. Und dann hätten wir das auch. Ja, schön. So. Schau, wir haben so viel geleistet. Huiuiui. Na, ist schön und traurig zugleich. Aber gut, das hatten wir schon, das Thema. So. Hm. Okay, Coronata. Da waren wir noch nicht. Hm. Hm-hm. No one can grip the damn city. Du-du-du-du-du-du-du. Ha. Ha. You spread some nastiness to me. Was war das los? War wir hier nicht schon? Hm. Du hast geschafft, Coronata und Vermentino zu retten. Hm-hm. Hm-hm. Das ist unglaublich. Master Liam hat mich gefragt, dass ich dir die besten Preise geben kann. Na schön. Okay, cool. Schau mir, was du hast. Ja, bringt noch nix, weil... Na gut, außer das. Kann ich mal ein bisschen kaufen. Wie viel willst du da? Okay, von Bacon. Ist immer noch der gleiche Preis. Wird's mich verarschen. Hm-hm. Na toll, tschüss. Thanks. See you later. Na, bis dann. Tschüss. So. Okay, auf einen Misthaufen. Hm. Ähm. Gut, da drüben. Na wirklich. Warum das denn? Ist kein Misthaufen? Okay, ja gut. Wäre ja unpassend. Hm. Aber wo dann? Wo ist denn hier ein Misthaufen? Hä? Rief eines Weingut Arbeiters. Okay, was ist das nicht? Liebste Mami. Vielen Dank für den Übermantel, den du mir geschickt hast. Er wird sich sicherlich als nützlich erweisen. Ich bin gesund und munter. Mach dir also keine Sorgen. Außerdem habe ich tolle Nachrichten. Ich werde einen großen Batzen verdienen. Die Summe, die ich dir vor dem St. Barnabas-Tag schicke, reicht für die Reparatur des Daches und wir können unsere Schulden beim Verwalter abzahlen. Ich habe zusätzliche Arbeit angenommen. Am Rand eines ziemlich großen Waldes bauen wir einen Zaun. Graf de Salvares möchte mit dem Zaun, äh, mit dem Zaun, sein Haustier vor irgendwelchen Haudecken und Hexern beschützen. Bei diesem Haus, der andere sich um einen Basilisken oder um eine andere schreckliche Bestie. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin in Sicherheit. Der Graf bringt der Kreatur jeden Morgen eine Kuh oder ein Schwein oder zumindest ein Schaf, damit er satt ist und gleich wieder einschläft. Bei Hofe wundern sich alle über die Verschwendung an Türen, aber ein reicher Mann kann schließlich tun und lassen, was er will, denke ich. Er schickt dir eine große Umarmung und vergiss nicht, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn die Dinge bei dir schlechter laufen. Denn ich habe dir schon ein Posten bei Graf de Salvares besorgt, im Haus. Er ist ein guter Mann und sogar ehrlich für einen Grafen. Interessant. Ist aber nicht das, was ich suche. Wo ist denn hier ein Misthaufen? Okay, stimmt das. Ja, vergiss er es. Ankündigung der Generalprokurator. Mathilda de Vermetino und Liam de Coronado sind in den Eigentümer zusammengelegt werden. Okay. Also toll. Ach, hier. Tja, so ist das halt. Okay, schön, das hätten wir. Nice. Dann direkt das Letzte. Schwarze Witwe. So. Bis so weit weg. Okay, ist denn hier. Keine Schnellreise. Muss hier irgendwo sein. Keine Schnellreise. Hier ist nix. Mal quatsch. Durch die Gegend rennen. Hm. Wo könnte eins sein? In der Mitte. Okay. Toll. Okay. Ah, ist interessant hier. Okay. Da ist wohl nix. Hm. Was ist das denn hier? Warum? Ach so. Hm. Interessant. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Das ist ja toll. Hm. Ich glaube, so weit hat er das abgeriegelt. Als ob er das abgeriegelt. Ist ja. Ach, hat's Maul. Ist ja schon ein bisschen greist. Das ist nur für einen Basilisken. Hm. Ah ja. Okay, hier ist nix, komm. Hä, 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 so. Hm. Hä? Wo kam diese Händler auf einmal her? Hm. Hm, hm. Hallos, Roche. Der letzte Auftrag und dann haben wir's. Dann haben wir alles. Schau mal, die Statue. Okay, schön. So. Okay. Nee, das wollte ich nicht, geh weg. Äh, da hin. So. Ich glaube, das hier war ja... ...irgern ein Graf oder sowas. Hat ein Fest veranstaltet auf einem Schiff. Von reichen Säcken und das ist gesunken. Mit allen Insassen und so. So, nicht so toll. Darf ich das mal ausleihen? Dankeschön. So. Die letzte Aufgabe. Ach, schön, mal wieder Boot fahren. Hatten wir schon lange nicht mehr. So richtig. Auch wenn es jetzt nicht so richtig ist. Naja. Ein letztes Mal. Okay, und das war hier. Interessant. Ah ja, da sieht man's. Hm. So. Na dann. Ja, natürlich nicht alleine. Toll. Ah, ein interessanter Park. So, nimm das. Das ist ja gut, Gerald. So. So. Ah, da drüben ist es schon. Komm schon. So. Aber da ist nicht so viel Zeit. Das anzuschauen. Wir haben ein Seilig. Wir haben ein Seilig. Und wie. So. Jetzt schnell weiter. Schnell nach oben. Kurz Luft holen. Na los. Ach. So. Nächste Runde. Wir gucken, dass einer weiter unten. Was ist denn der? Hm. Da war noch etwas. Dankeschön. Wieder ein bisschen Geld. Jetzt schnell da hin. Sehe noch etwas. Nix. Okay. Hm. Geh mal runter, bitte. Geh halt. Du. Okay, Gehra, wenn nicht nach unten gehen. Hm. So. Okay, hier ist wohl nichts mehr. Na schön. Gut, das hätten wir. Nice. Wir haben alles. Alle Fragezeichen, alle Aufträge. So. Die wir bis jetzt gefunden haben. Gut. Das heißt, nur noch. Die Rüstungen basteln, den Rest, was geht. Und dann treffen wir uns mit Reikis. Das wird schön. Da freuen wir schon drauf, auf das Gespräch. Wir haben noch ein paar Punkte. Ich bin noch ein paar Empfeuer. Das war's. Du. 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 so So. Hui. So. Okay. Dahin. So. Mhm. Na schön. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Hast du mal was Neues? Hast du was Neues? Okay. Okay. Okay, immer noch nichts Neues, ist ja toll. Überhaupt nichts. Ich hoffe, deine Suche geht gut. Was hast du auf? Du-du-du-du-du-du. Okay, warte. Was ist denn hier der Unterschied? Du-du-du-du-du-du-du-du. Hm. 240, 250. Miss nicht mehr durchbohren und so. Aufschlitzen ein bisschen mehr. Okay, naja. Das kann weg. Das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Das da, das da und das da. Schön. Das kann verkauft werden, okay. So. Okay, dann fehlt da nur noch die Stiefel und die Schwerter. Okay. Ami. Okay. Oh, viel Schaden. Hm. Interessant. Okay, so wenig. Hm. Ja, das gefällt mir nicht. Okay. Stiefel. Stiefel, Stiefel. Großmeister, da fehlt das und das. Was brauchst du? Das da. Du brauchst das da. Hm. Wird es ausreichen? Na toll. Muss ich da eins noch kaufen und dann so und dann so. Jetzt sollte es ausreichen. Gut. Das hätten wir. Ja. Die Stiefel, dann Silberschwert. Ja, schade. Na toll. Ähm. Es reicht nicht aus. Ja, leg mir. Warte. So ein bisschen fällt uns noch. Gut, aber dafür können wir jetzt das andere basteln. Moment. Manticore-Zeug. Wo bist du? Manticore-Handschuhe. So. Manticore-Hose. Hm. Dann Oberkörper, Manticore-Rüstung. So. Dann Manticore-Silberschwert. So. Okay, Manticore-Stein-Schwert. Nicht genug Münzen. Ja, fick dich doch. Verdammt. Farewell. Good luck on the path. Na, dann haben wir noch Geldprobleme. Ja, so ein Mist. Hm. Tja. Alright. Manticore-Water. v- ex.